Eko Fresh sieht aus wie jemand, der Michael Wendlers Musik hat für seine Beschneidung bucht. Eko ist auch als Schauspieler tätig. Er spielt eine Bandbreite an Rollen. Also von Straßentürke über Assi-Türke, Türke mit langer Hose, Türke mit kurzer Hose, bis hin zu Türke! Wie so viele Rapper hat Eko auch sein eigenes Kopfhörermodell. Seine Kopfhörer werden von keinem geringeren als der Marke ICBOX produziert. Ganz genau, Freunde. Wenn so Loser wie Dr. Dre mit Billow-Marken wie Apple ihre Kopfhörer bauen, arbeitet Eko Fresh mit einem der größten Player für VGA-Adaptern im Großraum Wuppertal. Eko ist bekannt für poetische Lines wie Ich bin der Auserwählter, der die Austern schälte. Eko! Eko, man kann Austern nicht schälen! Man kann sie öffnen! Oder wie Faisal es macht, schlucken!